hoch die hände und fängt ente ja und mit diesen worten willkommen ich würde es irgendwie direkt mit schließen probieren wollen weil ich mutter dass wir die pflanzen noch brauchen werden natürlich ist der einfachste weg versperrt jetzt sind auch mit flammenpfeffer was ist da unten der hat dich gesehen aber was ist da unten links waren links ist nichts doch da unten links waren pfeil die pflanze keine pflanze wird zurücklassen kein kraut vielleicht doch da hat mich großartig großartig ok Ok, ok. Nee, nee, nee. Nachladen und das Ding zu müssen. Brauchen wir wieder. War das bei Sunny? Alles kommt wieder. Ok, ok. Es muss auch wieder ausgerüstet werden. Bitte? Das Messer sollte auch wieder ausgerüstet werden. Das Messer wieder ausgerüsten. Also, ähm... Tab. Aufdrücken und ausrüsten. Das war dann ein bisschen scheiße. Und wer nicht? Ich weiß nicht was denn. Hiiii, das fahrt sich nicht an. Photosynthese. Ok, Synthese für 43. Leere Kartosche im Lösungsgeber platzieren. Erfordere ich eine Menge UMB Nummer 21 P- Was heißt das nochmal? Epsilon ist das glaube ich. Ok, einfüllen. Umgehend kühlen. Warte mal, warum ist das jetzt... Also sollen wir jetzt das Kühlhaus oder was? Für Unkraut für nicht... Ah, warte mal. Müssen wir das vielleicht... Was haben wir eigentlich jetzt gerade aufgenommen wie eine Kartosche? Ich guck gleich. Ich guck gleich mal nach. Gewächsrand wird sich zeig beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Falle eines unvorgesehenen Vorfalls sollte nach den... Also theoretisch... Also ich muss mal gucken, was wir gerade da haben. Also unten links. Da ist der Kartosche. Achso, die brauchen wir. Da tun wir den Unkrautverdichter rein? Ja, aber ich wollte gerade sagen, da wird wahrscheinlich nicht was eingefüllt. Ähm, ja. Ähm, mach mal ein Foto. Der Rest ist zwei Dinge, müssen wir uns dann denken. Ich glaube, da kommt noch irgendwo was. Okay. Habt ihr schon mal gesehen, mein neues OnePlus-Handy? 6T. Ist nicht das neueste, aber... Rechteck Werbung. Rechteck Kappe. Und Granate? Granate. Trink moeten. Es ist оз sidesparen. Ich guck erstmal aus. Einmal ist. Nicht viel. Ja.. Du kannst direkt kombinieren. Entweder stellen wir restrict3241 oder Nein, wenn du willst oder nicht. Kann man was herstellen? Per situ세요 underground. die dafür herstellen nein das ist Mecmoni da brauchen wir nur die zwei von dem zwei von dem gelben für mich ist normal und das ist deine Schuld wir können ja nichts anderes gerade mischen oh so wir warten und nehmen das später mit Schusskommunistisch nicht, kombinieren hab ich wieder ein slot frei da brauchen wir nichts mehr, ok und ohne 10 boah die muss ich wieder mal raus ja ja das hat sie errichtet was ist der Weg zu sagen da hält ja nicht der Mec den Mec brauchen wir für große böse Wichte ich warte da ist auch noch mal ein Code äh das fotografieren wir probieren gleich alles mögliche aus und drück jetzt mal drauf okay oh danke ich vermute irgendwie dass wir in dieser Steuereinheit zwei Codes öffnen können damit es sind zwei verschiedene ah ja wir müssen wir müssen dieses sonst kommen wir da nicht hin dann wird das dieser diese lösung das kaputt machen und dann haben wir können wir da ran dann können wir schon mal da unten dann sehen wir wahrscheinlich da unten den anderen Code okay ich will erstmal sicher gehen Ich glaube, wir kommen erst ran, wenn wir diese scheiß Unkrautvernächter da rein tun. Spare doch Munition. Die stehen aber nicht irgendwann wieder auf, oder? Wo war das Ding? Da links, da links, da links, da links. Code Nummer 1, das ist... Der oben rechts, oben rechts. Nein, ganz links. Ja. Ah, da sind wir auch, warte, guck mal, guck mal, oben rechts. Ah, das ist das andere Ding dann, ja. Jetzt haben wir zwei Kurzbaume nur. Kann sein, dass die vielleicht so special sind, dass sie vielleicht... Ja. Ja. Gegen Wiese Pflanzen hilft nur ein Unkrautvernichter. Karte. Ja, super. Jetzt wird ein größerer Komplex auch wieder. Meine Vermutung. Ja, ähm... Jetzt können wir jetzt... Äh, nicht mit denen. Verdammt. Ich finde das lustig ist, dass das alles den gleichen Querschnitt hat. Oh Gott, was hat man dieser Pflanze angetan? Oh Gott, was hat man dieser Pflanze angetan? Ja. Dann haben wir wahrscheinlich 10.000 Zombies noch was. Hier haben wir schon mal viel. Schon kann man die. Ich will nicht so viel haben. Oder vielleicht kann man da was rausnehmen, ich weiß nicht. Murph. Warte, warte, warte. 1 shine nadte. Ganz wichtig, Murph. Was liegt... Äh, nein, da ist die Kamera. Murph. Wieso, glaube ich, dass das nur ausfällt? Oh, ja! Oh, was ist das denn? Prozent und mit dem abbrechen und kann ich kombinieren kann man die echt nicht kombinieren ja ist in der stadt aber wie viel ist das denn er hat nein wissen einfach umlaufen schießt er mit dem schottgang drauf Ich krieg mir den Shotgun drauf Ich komm Ich komm weg Ich krieg dir nicht gezogen Die Shotgun Jetzt dreh dich um Hine 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 dich mal schnell Die Shotgun ist okay Ich krieg dir nicht gezogen Das scheiße Ich schieße doch Ich schieße doch Ich schieße doch Noch mal ne Granate rein Aufs Haus Ja, Alter Ich komm weg Der Shotgun Äh, nicht mit dem Scheiße Schieße doch Schieße Was drückst du für Tasten? Ich drücke Ich schieße Ich schieße Ja, du stehst so nah dran Aufhecken Schieße, 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 schieße Schieße, schieße, schieße Noch mal, noch mal Noch mal Und ist nach rechts Da, den da Und noch mal Und Pistol, Pistol nimmt, Pistol nimmt Ich schieße Ich schieße Ich schieße Ohne Ende, da hat die Scheiße Ich schieße Ich schieße Ich schieße Und dann habe ich noch Zeit Ich habe noch Zeit, um diese Konsule zu öffnen, ne? Keine Ahnung, warum Das war gerade Weil du das Ding mit F oder mit der Maustaste anklicken kannst Was? War das ätzend? Ich sag mir erst mal alles wieder ein Denen wir doch noch was, oder? Äh, ne, ganz hinten war das Äh, im anderen Raum Da geh jetzt mal weiter Fliehenst du Wo war das? Ne, ne, das war Doch da, also bei der Pflanze Bei der Pflanze Hallo, hinten Hallo, zurück Das war doch bei der Pflanze Nein, bei der Pflanze Ist nichts Doch, dann raus Und dann ist da die Munition Ach, die denn? Nee, ich wette aber noch was Achso, nö, das war glaube ich alles Nein Nein, oah Da wollen wir nie wieder hin Junge Warum hast du nichts gelernt? Nee, so macht mir das nichts Also wenn wir jetzt sterben Dann müssen wir leid Und ich glaube, es wird da gleich passieren Mein Geber sonst gar nichts mehr Ja, ich habe Vertrauen in dir, du schaust das Ja, ich habe Vertrauen in dir, du schaust das Okay, jetzt müssen wir Sorgfrau mit der Medizin umgehen, ne? Nicht mit der Meg Das Messer kriege ich bei dem einen nicht mehr raus, oder? Stimmt, da musste einer noch ein Messer haben, glaube ich, ne? Aber keine Ahnung, wer von denen das Messer hatte Mert das Messer melden, bitte Nee, ich glaube, das war irgendwo da links, ne? Oder das nächste Da haben sich da ein paar aufgelöst Ich meine, da sind ein paar Granaten explodiert, ne? Nee, ich glaube, da hat keiner mehr das Messer Ist wahrscheinlich zerstört worden, oder so Von uns, dann war ja schon beschädigt Ja Verfickt der Scheiße Kann ich nur noch die Kiste haben, ne? Wir haben aber auch gar nicht mehr so viele Kräuter, um Medizin herzustellen Wir haben vom ganzen Das ist ganz unnötig, dass wir so viele Blauskraut haben Puh Scheiße! Boah, schön Einen Schuss Ich glaube, du sollst die Shotgun nehmen Fünf Schuss besser als einer Äh Einen Schuss brauchen wir noch für einen Raccoon Genau Oh Das ist offen Das waren wir Ich hab auch gerade gedacht, wir... Das ist einer Da ist Muni, glaube ich, oder? Scheiße! Ich warte Ja, ja Ich kann lange warten Ich glaube, der Zombie kann länger warten, ne, kein Hunger Auf Distanz würde ich nicht schießen Oder du benutzt einmal die Mech Scheiße! Scheiße! Ah, der ist tot Weg nachladen Ah Jetzt Einen Schuss mehr, dann hast du Platz frei Aber ich glaube, das ist Munition, dann können wir mit Pistolen Munition herstellen Oder mal Shotgun Munition Das ist das... Alles aufsammeln Genau, wir können jetzt Shotgun Munition herstellen Das müssen wir alles aufsammeln Okay Okay Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden, sie kommen zurück, immer und immer wieder Ja, die können nicht sterben Verbrennen sie alle, verbrennen sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind Ah, dann brauchen wir da für die Flas... Für die Dinger brauchen wir die Dinger... Wahrscheinlich den... Ah, warte, da war noch was, ne? Wahrscheinlich den Batteriekasten, den wir brauchen oder so Ja, ich will erstmal hier hinten noch gucken Dann brauche ich hier wieder irgendwas Trigger Okay War da noch was auf dem Tisch? Ah, nur umuscht Wie steht der Tisch? Ja Ja Oh Gott, jetzt müssen wir da rumspielen Was sollen wir uns jetzt basteln? Erzähl allererstes Foto Das ist der Code hier Wahrscheinlich Ja Also wir haben das Ding ja eh dabei Wollen wir ja nicht Obwohl, dann kann ich den Platten, dann kann ich das Ding wegschneiden Nee, kannst du nicht Vielleicht Ich würde es erstmal mit dem Platten Bauen wir doch Das wird das irgendwo hinstellen So kann auch so ein Sockel Und dann Er öffnet sich eine Geheimtür Jetzt ist die Frage Wollen wir halt noch Schottkommunikation herstellen oder nicht? Also erstmal nach der Pistole nachladen, ne? 15 Schuss Das ist nice Das ist ein bisschen zu wenig Das war das hier Ja Warte Warte Das ist wieder der Weg zurück Ja F Ja Das wir können speichern Ja Ja Wo ist die Kiste? Ja, hinter dir Ja Haben wir noch irgendwas zum heilen Ein bisschen rot Haben wir noch grün Ja Schauen Ne Ich benutze bloß nicht benutzen So Ein Ein Kampfmesser Ja Und wir haben noch mal Grünskraut Das ist schon mal gut Aber das nehmen wir auch mit Blau Äh Und das Blau Schießvoll war noch Ähm Okay Jetzt erstmal Das Ding Ist schon ausgerüstet Ist schon ausgerüstet Sehr schön Wir haben auch keine Granaten mehr, ne? Wir haben nichts anderes mehr Speichern Dann Ja, da bin ich jetzt dran Ich darf mich mit den Pflanzen rumschlagen Juhu Warte, wo wir es jetzt hin? Äh, wir können uns frei entscheiden, wo wir hinwollen Wir haben jetzt das Modul, ne? Wo müssen wir als erstes hin? Bei unten war ja nichts mehr Ne, wir müssen jetzt da Äh, glaube ich Können dafür jetzt in den nächsten Mal Ist das bei der Konferenz rum? Ist das der hier? Nein Äh, in die falsche Richtung Ich bin wieder zurück Wir müssen jetzt gerade ausdenken Wir müssen jetzt gerade ausdenken Äh, öh, 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 öh Äh, genau einmal jetzt nochmal links Ah, ist das brennend? Oh! Komm schon mal ran. Verbrenn auf Heißvoll. Verbrennen! Verbrennen! Du brauchst ein bisschen mehr. Der bleibt da. Bis der Körper schwarz ist. Sollen wir jetzt nochmal drauf oder? Ja, wollen wir testen. Haben wir in der richtigen Form gespeichert, ne? Ja. Ja, jetzt weg. Okay. Jetzt ist was gelernt. Gut zu wissen. Ja. Ja. So, Code. Ne, wir müssen jetzt diese andere Figur nochmal gucken. Äh, das war... Äh, die beiden Links hast du ja offen. Okay. Ja, also das und das. Ja... Oben, Mitte. Dann der... Links. Das. Dann das oben, oben und Mitte. Äh, rechts Mitte, meine ich, sorry. Und... Alles das? Könnt sein, mach mal. Verdammt! Okay, nochmal. Okay, nochmal. Äh... Unten, links. Dann war es das. Dann nochmal den? Ja. Nochmal. Okay, guck, gucken wir uns das mal an. Ach, andersrum die Dinger. Ja. Das, dann den kleinen Pfeil. Den. Dann das. Den. Ja. Hehe. So, wir haben jetzt Dreadpoint Test Lab freigeschaltet. Ja, und das ist jetzt oben, oben das Ding. Da müssen wir jetzt alles erst links und dann noch ich wieder links. Ja, okay. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, okay. Mit mir. Tschöö Tschöö Das ist ein tolles Spiel Geil Spiel Geil Spiel Geil Spiel